Willkommen zu Brugg. Wer kennt Brugg nicht? Die meisten wahrscheinlich vom Durchfahren mit dem Zug oder von der Autobahn ausfahrt Brugg, aber stoppen würde sich auf jeden Fall mal lohnen. Ich bin selber in Brugg geboren, im Spital zu Brugg, wo es so heute nicht mehr gibt. Ich bin ins KV in einer Schulhaus, die heute auch nicht mehr so da ist. Also die Vergangenheit ist ein wenig weg, darum entdecken wir doch umso mehr Gegenwart und Zukunft und ich nehme mal mit auf die Brugg, entdecken wir es zusammen und schaue, wie die Bruggerinnen und Brugger so tickt. Warum bist du in Brugg? Weil es mir schön ist hier in Brugg, als ich hier aufgewachsen bin. Ich arbeite, ich lebe, da bin ich neun Stunden am Tag. Ich wohne in Zwiniken, aber ich bin mehr da wie zuhause. Ich wohne in Brugg und das ist eigentlich meine Heimat. Ich bin hier fast geboren. Wir haben hier ein Haus gebaut vor drei Jahren und darum jetzt bin ich hier. Was ist das, was Brugg ausmacht für dich? Was macht es aus? Es ist überschaubar. Die Aare. Ich habe einen Hund und gehe viel mit dem Hund in die Aare, dann geht er auch ins Wasser. Ich kann auch die Aare in die Aare im Freien nach dem Arbeiten. Die Brugg ist ein kleines Städtchen, die ist vom Anschluss her sehr gut, überall her noch fahren, auch auf Baden, Zürich. Und auch die Altstadt ist wunderschön, ja. Wo es doch ein paar Restaurants hat, ein, zwei Bars, nicht viel, aber es ist herzig. Also mir gefällt der ganze Brugg, oder? Ich will nicht mal jemand anderes gewohnen. Es gibt Leute, die sagen, Brugg ist ein wenig tot. Tod, ja. Es hat halt wenige Bars und Kluges, die jetzt halt für die Jungen sicher eine grosse Rolle spielen. Wir kennen den grossen Bahnhof, wir kennen die windische Seite, wir kennen den Neumärz, wir fahren einfach durch. Von dieser Sicht ist es nicht schön, aber wenn sie mal ein wenig weiter runterkommen würden, und eben an die Aare in die Altstadt, in das Quartier, dann hat Brugg sehr herzige Seiten. Da sind wir jetzt also beim Wahrzeichen von Brugg, beim schwarzen Turm und natürlich Brugg. Ob das wirklich der Grund ist, warum Brugg Brugg heisst, das frage ich einen, der auf die Welt gekommen ist und aufgewachsen ist, nämlich den Musiker Dino Brandao. Hallo. Schön, dass du uns deine Brugg zeigst. Ich weiss nicht, wie ist es, ist diese Brugg, ist es wegen dieser Brugg, dass Brugg Brugg heisst? Ja, voll. Ich glaube, heutzutage braucht man Bitcoin, dass man reich ist, und im Mittelalter hat man eine Brugg gebraucht. Voll. Und darum heisst die Stadt, so wie sie heisst, und das ist das Überbleitzel der alten Zeit. Du bist ganz fest am Herzen einem Brugger, oder? Hey, schon. Ich glaube, es gibt so gewisse Sachen, wo man wie, ja, ein bisschen stolz ist trotzdem auf das hier. Darfst du ja sagen, dass du richtig stolz bist auf das? Ja, ja. Ich freue mich jedenfalls, dein Brugg zu entdecken, du nimmst uns mit, also jetzt, Lieblingsort von Brugg. Bist du mal im schwarzen Turm gewesen? Hey, nein. Ich glaube, es ist auch besser, es war mal ein Knast gewesen. Vorher kommt die Risse rein, so, von unten, und vorne die Limmel. Und dann ist alles voll wachsen. Ah, der Risse und Limmel. Das gefällt mir. Ja. Kommt hier bei dir aus, while sitting at church. Hier mache ich meine Haare. Ah, die hat dich eingemacht. Aha. Schau mal, die schönen alten Stühle. Ja, mega stylisch. Cool. Hört zu, ja? Hört zu. Meine Freunde und ich, wir finden Bio-Alts gerne. Hier hat es den Buono. Der ist so ein Bioladen, der so seit Ewigkeiten Bio hat. Alles, was in einer normalen Bioladen hat, gibt es einfach schon viel länger. Okay. Ich würde mega gerne schauen zum Vittorius Rothaus. Vittorio Timpano? Okay. Aber da brauchen wir Zeit, den kenne ich auch. Das ist so für mich das kleine Italien. Mit einer Art Piazza. Voll. Und jedes Mal, wenn ich hier vorbeikomme, muss ich schnell herhüllen. Schnell hoi sagen, dass es mich noch gibt. Also Vittorio kennt irgendwie auch alle Bruggerinnen und Brugger, oder? Voll. Ich habe immer grossen Respekt vor Leuten, die arbeiten, um eine Stadt original zu werden. Und Vittorio ist definitiv ein. Ich bin die Stadt original. Ich bin Italiener, aber gut. Danke. Aber du bist ja so lange in Brugger. Was ist denn Brugger für dich? Ich bin immer Brugger. Für mich. Brugger ist meine zweite Heimat. Kein Problem im Roten Haus. Aber für Musiker und Musikerinnen ist Brugger eine andere Location extrem wichtig, oder? Voll. Ihr habt mega fest im Saal das Haus aufgewachsen. Voll. Also wir können scheiss weiter. Bis nächste Woche. Ja. Ciao. Ciao. Merci. Hey. Dino, wir freuen uns. Auf Brugger. Ja, das sah alles aus. Das ist für mich mega der Nabel zu der Welt für mich. Wir haben dort gelernt, Kabel zusammenrollen. Wir haben gesehen, wie die Stars sind und ausgegangen sind. Voll. Wir waren hier in diesem Verein. Ich glaube, das war schon sehr wichtig für uns. Als Band und als junge Musiker zu sehen, wie eine ganze Kiste funktioniert. Und wenn du das so kennengelernt hast, als junger Dino. Wie warst du in dem Moment, in dem du selber auf der Bühne standest, in dem wunderschönen Salzhus? Kannst du spielen? Wie warst du denn das so? Ja, das waren noch hohe, grosse Emotionen. Am Anfang durften wir mal vor, wenn sie von irgendetwas, was gerade gepasst hat. Und dann irgendwann hier selbst eine ganze abige Knie füllen durften. Es ist mega, mega schön. Voll. Und ich hoffe, das passiert noch ewig wieder. Das Salzhus kennt man ja durchaus auch etwas ausserhalb von Brugger. Tina, zeig mir doch noch einen Geheimtipp von dir. Das ist Sandinseli, dein Lieblingsort. Warum? Hey, da kann man irgendwie sein und verweilen und aufs Wasser gehen. Das finde ich wunderschön. Wir haben auch viele erwähnt, immer wieder da, wenn wir so herumgefragt haben. Wie ist es für dich? Was sagst du, wie dicken die Bruggerinnen und Brugger? Was ist speziell? Ja, ich glaube, es ist, wie in vielen so kleinen Städten, zwischen grösseren Städten, sind es ruhigere Leute irgendwie. Es ist jetzt nicht das Partyvolk aus dem Kreis 4. Es hat viele Familien. Es hat viele, die anfangs 20 Jahre wegziehen und zurückkommen. Wie ich das jetzt auch mache. So wie du? Ich habe so ein Häuschen gefunden, das noch schön wäre. Mal schauen. Gibt es so einen Brauch oder etwas ganz Spezielles, das nur Brug hat? Wir haben das Jugendfest, das auch für alle Erwachsenen so ein Ding ist. Und ein schöner Brauch dort ist das Untertäuschle, wenn man verliebt ist. Oder jemand will es verliebt machen, dann kann man diese Person fragen, ob man täuschle. Und dann gibt man ein Eichennest und eine Granate und dann täuschen. Dann hat man einen Jugendfest-Schatz. Das kann man auch als Erwachsenen machen. Das ist sehr schön. Es klingt ein wenig wie Tinder. Also ist es etwas, was Mut braucht? Tinder, aber es braucht Mut. Es ist dann nicht irgendwie so ein Swipe, Swipe. Sondern man steht dort und fragt, ob man mit mir täuschle. Und das Bisschen geht auch so runter. Und man zittert. Genau. Ja. Das hast du auch gemacht? Mhm. Ja. Erfolgreich täuschle. Erfolgreich täuschle. Hey Dino, danke vielmals. Hast du uns dein Brug gezeigt? Bitte, bitte. Ich verstehe es total, dass du wieder zurückkommst. Richtig schöne Plätze hier. Und ich freue mich sehr, dass wir drei Tage von Brug senden. Wir werden die Stadt sicher noch ein bisschen besser kennen. Und ich weiss nicht, was du noch vorhörst. Aber dein Lieblingsplätzchen ist ein wunderschön. Du könnt gerne noch bleiben. Cool. Ziersich essen. Ichandingli, die ganze Fans ist ein wunderschön... Oh, 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 Wasser Es ist ja Hochwasser Oh, 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 Wasser Oh, lasse Stimme wissen mal Ruh'n Papier